Und man möchte ja ganz gerne als Linux immer noch ein Linux haben können, auch wenn man kein Systemd benutzt. Gentoo ist aus meiner Sicht keine gute Alternative, Debian ist eine. Also, was mache ich, wenn ich Debian ohne Systemd haben will? Geht noch, immer noch. Die magischen URLs aus meiner ganz persönlichen Sicht, wenn man kein Dev1 verwenden will, habe ich hier mal an die Wand geworfen. Der Mirabilis oder Thorsten Glaser hat da irgendwann mal einen Server aufgesetzt, an dem habe ich mich ein bisschen beteiligt. Da gibt es ein paar Pakete unter diesen beiden Upquellen. Und das Erste, was man machen kann, wenn man herausfinden will, was man alles deinstallieren muss, wenn man kein Systemd haben will, ist Upget, Install, Prevent, System, Decompletely. Danach funktionieren viele Sachen noch, manche auch nicht mehr, zum Beispiel kein Gnom. Ich habe dann unter den Applantin-Tools mal ein paar Pakete zusammengebaut, mit denen man Paketversionen von verschiedenen Sachen, die man vielleicht so brauchen können wollte, ohne Systemd- und Puls-Audio-Abhängigkeiten ans Laufen kriegt. Unter anderem ein EU-Dev, sodass man auch ein U-Dev hat. Ein bisschen Hilfe könnte ich auch noch brauchen. So, das wäre es schon. Fragen? Ich glaube, wir haben noch drei. Die waren mir zu undurchsichtig, deswegen bin ich da weggeblieben und haben auch ansonsten ein bisschen komische Entscheidungen getroffen, wie sie irgendwie das System organisieren. Hat mir nicht so richtig gefallen. Ich habe beschlossen, ich mache dann mal erst mal mit der Sache weiter. Das ist immer noch eine Interim-Lösung, aber sie funktioniert irgendwie. Also auch sehr, sehr weitgehend. Kann ich mir, was sind deine Argumente gegen Systemdien? Unsicher. Und mehr. War die gleiche Frage. Aber eigentlich möchte ich in die Diskussion, warum will ich gar nicht rein, weil es ist aus meiner Sicht primär eine Schlammschlacht. Ich habe keinen Bock drauf. Ich bin ein alter Unix-Admin. Ich mag Unix. Ich mag die Unix-Tools-Philosophie. Ich mag das Konzept, the right tool for the right job. Ich bin auch der Meinung, dass man System-5-Init irgendwann mal durch was Moderneres ersetzen sollte. Aber das aus meiner Sicht wäre Run-it die wirkliche Alternative. Und das ist auch das nächste Projekt, wenn ich erst mal wieder eine stabile Plattform am Laufen habe. So, mehr Fragen? Haben wir noch Platz? Wir haben noch Platz, ja. Ich war ja flott. Oh, schön. Gut. Applaus Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020